Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rebels. Ich bin mittlerweile 154, wie man oben links sieht, mit 11,45%. So langsam wird es, obwohl ich sagen muss, dass es immer länger dauert. Es sind ja jetzt schon bald 3 Milliarden, wenn es so weitergeht. Schon nicht ohne. Warum ich hier das Ganze im Menü bzw. im Handel, ne Quatsch, im Inventarfenster beginne, hat einen Grund und zwar, es ist jetzt seit 4 Wochen, wenn dieser Part rauskommt, muss ich nochmal vorher anmerken, wird wahrscheinlich das Event schon fertig sein. Ich muss halt immer so ein bisschen vorproduzieren, da ich leider, wie soll ich sagen, nicht genug Zeit habe. Man hat noch viele andere Sachen zu tun, man hat andere Let's Plays, man hat, keine Ahnung, da gibt es noch viele Grundaussagen. Ich versuche natürlich immer so viel aufzunehmen, wie möglich und euch das hier auch zu ermöglichen, anzugucken. Und ich weiß nicht, ob das rechtzeitig rauskommt, kann ich nicht garantieren. Naja. Was ich sagen wollte ist, es ist momentan ein Event, wo man halt ein paar Kleinigkeiten bekommt. Wenn man sich einloggt, dann bekommt man zum Beispiel Beschwörungsrollen für zum Beispiel den Seelensucher, ein Fernkampf. Dann habe ich hier noch ein Mikroraptor, ein Heilung, Ravichter von Elkassia habe ich zweimal, Magie. Dann habe ich von jemandem geschenkt bekommen, mit dem ich gut Kontakt hier bei Rapples habe. Aschmarf, der Verschlinger, in Fernkampf. Dann habe ich Mephisto, das ist der, ich glaube der neue Endgegner vom neuen Dungeon, vom Zirkus. Als Verteidiger. Und heute habe ich, weil man bekommt jeden Tag immer eine Schatulle, die man öffnen kann, wo eine Beschwörungsrolle drin ist. Und heute habe ich bekommen Mephisto Fernkampf. Ähm, warum ich das hier mache, damit ihr mal gucken könnt, was man so bekommen kann. Und wenn man dann noch zwei Stunden täglich eingeloggt ist, bekommt man nochmal extra Bonus-Items. Zum Beispiel, der magische Eiswürfel stellt automatisch 100% der MP wieder her, sobald diese unter 20% fallen. Das ist ein Schmuckstück, kann ich euch sagen. So was ist super in Dungeons, wenn ihr kein Mana mehr habt, beziehungsweise wenn ihr kurz vorher drauf geht. Super Empfehlung. Genauso das gleiche wie bei dem magischen Eistee. Da habt ihr halt, äh, das gleiche, bloß wenn da die HP unter 50% fällt. Also in meinem Fall wären das dann, wenn ich unter 7250 ungefähr, äh, komme. Dann aktiviert sich das und ich habe sofort wieder 100%, also die komplette HP-Anzeige. Das ist schon mal sehr gut. Davon habe ich 18 Stück momentan. Hier von 8 noch. So. Entschuldigung. Äh, dann habe ich hier noch den Goblin-Zahn. Den gab es auch dazu. Also immer zwei Stunden am Tag online sein. Dann bekommt ihr Bonus-Items. Ob wir das heute rausfinden, weiß ich nicht. Wir haben es momentan, ich nehme hier gerade ganz früh am Tag auf. Habe heute nämlich viel vor und deswegen ordentlich ranklotzen. So. Was ich sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob wir das noch, äh, mitkriegen. Was ich hier heute kriege für Items. Ich bin auch sehr überrascht. Es ist momentan die zweite Woche. Das bedeutet, es gibt andere Items. Es gibt jede Woche andere Items. Und wenn wir Glück haben, um 10 Uhr 20. Äh, müsste ich mal eine Belohnung bekommen. In dem Part auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich nehme jetzt wieder ein bisschen was am Stück auf. Und in der Hinsicht werden wir wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Part dann die Belohnung sehen. So, kommen wir nochmal zurück zum Goblin-Zahn. Der Goblin-Zahn erlaubt halt, so viel wie ich gelesen habe. Ich muss mich natürlich da selber erstmal durchfuchsen, bevor ich hier überhaupt so ein Video machen kann. Der Goblin-Zahn, wie es hier auch in der Information steht, erlaubt halt das Aussehen eines anderen Stabes oder halt einer anderen Waffe oder Ausrüstungsgegenstand, wie auch immer. Auf einen anderen Beliebigen zu transferieren. Das bedeutet, äh, wenn man einen Rang-2-Stab hat, sagen wir einfach mal. Und der gefällt einem besser als der Rang-7-Stab, den man derzeit anhat. Dann kann man das Aussehen von dem Rang-2-Stab auf den Rang-7-Stab transferieren mit diesem Goblin-Zahn. So, der Rang-2-Stab wäre dann natürlich kaputt, also er wäre weg. Und ihr habt das Aussehen auf den Rang-7-Stab. Die Werte und so bleiben alles, es ist halt nur das Aussehen. Davon habe ich vier Stück. Dann, Kreaturen-Wiederbelebungsrolle sollten eigentlich recht vielen bekannt sein, dass man da die Kreaturen wiederbeleben kann, ohne dass die XP verlieren. Und die HP und MP werden halt komplett neu generiert, also 100% alles voll. So. Dann, Kreaturen-Cracker, die man bekommt, kennt ihr auch sicherlich. Das sind die, äh, da bekommt man 50% mehr Erfahrungspunkte für die Begleiter. Auch über deinem Level, halt bis, glaube ich, Level 150, wie es hier steht, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube bis 150 und dann kann man nicht über den Pad leveln. Also, wenn man zum Beispiel Level 100 ist und man hat ein 120er Pad, dann levelt das Pad mit so einem Kreaturen-Cracker mit. Aber nur in dem Fall. Dann gibt es hier noch die Schriftrolle der Erkennung. Ja, da muss ich mal kurz vorlesen, weil die ist ein bisschen schwer zu erklären. Sonst, eine besondere Schriftrolle, welche die Macht besitzt, die versteckten Werte der Gegenstände aus dem Zirkus zum Vorschein zu bringen. Wenn versucht, äh, wenn versucht wird, mit einem Gegenstand aufzuwerten, können die Optionen damit eingesehen werden. Das kann ich euch nur zeigen anhand eines Beispiels. Und zwar, wenn ihr diese Schriftrolle zum Beispiel auf einen Stab oder auf einer Waffe macht, dann sieht das ungefähr so aus. Das ist jetzt was anderes. Das hier ist Schriftrolle der Erkennung. Und das war die Schriftrolle der Erwachung. Die steht da auch. Da steht erwachte Fähigkeiten. Das ist die Erwachung. Schriftrolle der Erwachung. Und das ist die Schriftrolle Erkennung. Ist ein bisschen anders. Aber so sieht das ungefähr aus. Dann kommen da auch die Werte raus. Das ist das Reflex. Managen, Intelligenz, Zaubergeschwindigkeit, Managen. Mh. So welche ähnliche Fähigkeiten kommen dann halt hinaus. So. Dann habe ich euch soweit alles erstmal gezeigt. Ach ja, und Asura-Münzen kriegt man. Ich wusste jetzt nicht, was man sich holen soll. Ich mag diese Dekorationsdinger nicht. Und, äh. Was sollte ich mir sonst holen? Ich finde da nicht unbedingt so ein... Ja, wie soll ich sagen? Ich finde das eigentlich nicht so doll bisher, was es da so gibt. Und deswegen habe ich mir einfach eine Tasche für Kreaturenkarten geholt. Wo ich sagen muss, ich bin letztes Mal auch auf die Fresse gefallen. Dann habe ich mir eine Tasche für Kreaturenkarten geholt. Und die hat 20 oder 10. Also es hat schon lange gedauert. Äh, Münzen gekostet. Gaia-Münzen waren das noch. Und was habe ich drinne? Eine leere Skelettkarte. Super. Halt mir. Super. So. Bin ich mal gespannt. Vielleicht haben wir heute Glück. Was wir hier drinne haben, ne? Wollen wir mal aufmachen? Mal gucken. Oh, Karte leer. Hehe. So ein Scheiß. Naja, egal. Ähm. Ich wollte eigentlich im letzten Video, wollten wir, äh, dass wir, muss ja mal kurz was umändern wieder. Ich habe ja meine Skills umgeändert gehabt. Äh. Wo mache ich denn denn zweimal? Kreaturenangriff. Kreaturen, ist doch Quatsch. Einmal kann weg. So. Was ich sagen wollte, das letzte Mal wollten wir jetzt ja eigentlich hier den Happy Nopillion angreifen. Ich wollte sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Oder wir versuchen es in der nächsten Folge. Ich wollte in der Folge ein bisschen tamen. Dass wir da auch mal vorankommen. Das Lustige ist, ich kann hier auf meinem Heiler bleiben. Denn es ist was Unerwartetes passiert. Was ich finde... Ja, ich habe da zwei. Ich gehe schon mal dahin, wo ich die Viecher haben will. Und erkläre euch das nebenbei. Und zwar... Ich bin so geteilter Meinung. Und zwar... Die haben das Kreaturen-Taming, also den Skill, jetzt für jeden Charakter, also wirklich für jeden, auf Level 10 gemacht. Ich muss sagen, dass... Ja, kommst du hier mal? Schön. Was ich sagen wollte, ich muss sagen, ich bin da wie gesagt zweifacher Meinung. Und zwar einmal sehr gut eigentlich. Da brauche ich nicht wieder umloggen. Ich muss mal kurz gucken, wo ich hier muss. Da hin. Wir reiten da mal hin. Zu den Kreaturen, die ich tamen will. Und dann machen wir das mal. Äh, was ich sagen wollte, ist, ich bin geteilter Meinung so. Weil einerseits ist ganz gut, da brauche ich nicht umloggen. Weil ich spiele ja ja auf den Heiler, spiele ich eigentlich am meisten mit dem Let's Play Heiler. Äh, das geht hier mir auch für Nerven, ne? Die haben... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, von diesen 2 Stunden online, äh, kriegt man so eine Schatulle, wo so Karten drin sein können. Einzigartig. Ich bin mir nicht sicher. Mal gucken. Wir werden es ja rausfinden, wenn wir die 2 Stunden dann haben. So, was ich sagen wollte nochmal. Entschuldigung. Ist, dass ich, wie gesagt, zweifacher Meinung bin. Dass es einerseits gut ist, dass ich hier mit denen tamen kann. Weil... Ach, geht das hier schon wieder los? Oh, Mann, 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 Mann. Äh, was ich sagen wollte, ist, bin ich zweifacher Meinung, weil halt, äh... Ich komme nicht zur Potte, ne? Kann das sein? Schrecklich. Schrecklich, schrecklich. So, wir machen es kurz und bin nicht. Äh, ich finde es schade, dass die halt das so gemacht haben, aus dem ganz einfachen Grund, äh... Weil jetzt im Grunde genommen jeder bändigen kann. Also, wenn man sich jetzt hier die Skills mal anguckt nebenbei... Da. Deswegen habe ich auch meine Plus-6-Karte rübergeholt, weil jetzt tame ich nur noch auf den, ja. Vorher hatte ich ja einen... Einen anderen. Und jetzt tame ich hier. Äh... Ich überlege gerade mal, dieses Taming-Set, ne? Diese Surundra, das ist doch, glaube ich, gar nicht mal Pet-Klassen-spezifisch, oder? Das bedeutet, ich kann mir doch das holen... Und kann das auch auf eine Heile anziehen, oder? Es steht ja keine Begrenzung da, dass das hier nur Tier-Trainer können. Das bedeutet, mein Taming-Skill ist sogar noch höher. Da könnt ihr mal sehen, das habe ich jetzt noch nicht bedacht, seht ihr? Aber, wir finden es, wie gesagt, geteilter Meinung, also... Einerseits ja, andererseits scheiße, ne? Alter, ihr geht mir ja echt auf den Piss. Geht der ganze Tag schon so. Und alle schreiben sie noch GZ. Wozu? Wenn jeder hier nach jeder Minute eine Karte kriegt, wozu soll man denn hier GZ schreiben? Die sind nicht mehr selten. Genauso wie, muss ich ganz ehrlich sagen... Diese Schriftrollen, diese Beschwörungsrollen, ne? Ich habe jetzt ein, zwei, vier, also das sind zwei, fünf, sechs, sieben Stück. Hätte ich die Karten und würde ich die alle sieben probieren. Ich kann euch bestimmt garantieren, dass zwei Stück mindestens klappen. Und selbst das ist dann nicht mal ein GZ-Wert, weil... Die haben schließlich, wie es oben steht, Schriftrolle zum Bending von Seelensucher. Diese Schriftrolle beschwört ein ULLR-Monster. Welches eine erhöhte Chance auf einen erfolgreichen Seelversuch hat. Ja. Da braucht man auch kein GZ mehr schreiben, ne? So, wir sind angekommen. Wir können hier tamen. Äh... Dabei ist die Folge leider schon wieder rum. Das Problem ist, was machen wir denn jetzt in der restlichen zwei, drei Minuten? Ich kann den Partys nicht zwölf Minuten machen. Ha, ich würde vorschlagen, ich muss mich eh hier noch buffen und so. Das machen wir jetzt mal. Und kann euch halt nochmal so ein bisschen nebenbei erzählen. Äh, und wollte mich übrigens nochmal bedanken für die ganzen Zuschauer. Ihr seid echt klasse. Macht viel Spaß. Ist echt motivierend. Und, ja, äh... Deswegen mach ich das Ganze hier auch. Spiel macht natürlich auch sehr viel Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Tamen in der nächsten Folge. Dann die Oktopus. Wir haben ja jetzt schon die Pantera, Tortos, Poldri, also Geflügel. Dann haben wir den Wolf getamt und die Sirene getamt. Jetzt kommt der Oktopus dran. Und ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht kommt ja in der nächsten Folge der Lydian dran. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Unten in der Videobeschreibung ist... Ich weiß zwar noch nicht, ob ich das bei dem Part mache oder schon längst eingefügt habe. Muss ich mal gucken. Werde ich eine Auflistung machen, wann welchem Part welches Tier getamt wird. Das heißt, ihr könnt, falls ihr zum Beispiel nur das sehen möchtet, in diesen Part hineinschauen. Ähm... Was ich sagen wollte, ist... Ihr seht hier schon, ich habe schon ganz viele Wölfe getamt. Ich habe mittlerweile schon ganz viele K4 und sogar einen K5 Wolf. Äh... Ich tame ja die, züchte die, äh... Kombiniere die und verkaufe die dann halt, ne? Ich weiß auch noch nicht. Ich wollte echt mal nochmal ein Gewinnspiel machen. Hab101 hat eine Minutentaurus-Karte gehalten. Das ist ja auch nicht schwer, wenn man die ganze Zeit hier, äh... Tausend Accounts hat und dann hier diese Karten alle kriegt. Und sich das hier mal anguckt. Das sind... Boah... Das sind zwei... Drei, vier, fünf... Sechs, sieben, acht, neun... Zehn, elf, zwölf... Dreizehn, vierzehn. Haben 14 Stück inhand der letzten ein, zwei Minuten einzigartigen Karten bekommen. Und das ist schon echt der Hammer. Also... Schon echt nicht mal selten. Nee. Gut, durchgebufft sind wir. Ich gebe hier den... Autorität des Herrschers. Erweckung des Geistes. Damit können wir dann ein... Höheres Taming-Level haben. Und dann werden wir gleich in der nächsten Folge... Oder beziehungsweise am nächsten Tag in der nächsten Folge... Anfangen die Octopus zu tamen. Mal gucken, ob wir da Glück haben. Aber ich denke mal mit einer Plus-6 Level 10 wird schon klappen. Also, macht's gut. Bis dahin. Schaut auch dann wieder hinein. Tschüss. Poos. Bis zum nächsten Mal.